Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Encounter Steadworlds Collector's Edition. Ihr seht, habe ich, äh, bin ich gewandert mit meiner Facecam, was anscheinend auch nicht so top ist. Im Rad fehlen einige Speichen. Speichen? Ach du Scheiß. Klicke auf die Ringe, um durchdrehen, das Waagrad zusammenzusetzen. Ah, da war's. Ha! Ah, da unten auch noch. Jetzt aber. Nein! Ach, das muss da oben hin, okay. Nein, da war's! Ha, jetzt aber. Vielen Dank, gute Nacht ebenfalls. Okay. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, da war's. Okay. Ah, der Wagen ist gemeint. Die Tür hat zwei große Schlösser und ich hab keinen Schlüssel. Es funktioniert also doch. Ich falle aus dem letzten Loch. Oh, ein Wimmerbild. Oh, ein Wimmerbild. Wusste gar nicht, dass ich die Flöte suchen soll. Neanderthalerschädel. 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 Wie viele Jahre ist das Spiel? Da. Ja. Neanderthalerschädel. 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 Du hast alles bekommen, Katze. Jetzt gib Ruhe. Schach. Super. Kann kein Schach. Also, ich weiß, wie man laufen darf, aber das war's auch. Es fehlen einige Teile. Ey, Katze! Nein! Nein! Gut, dass sie hört wie ein Hund. Eine G oder nur eins? Schachfiguren fehlen. Okay, also noch mehr kriegen. Mau! Ach, das ist auch falsch. Ah, das ist der Sheriff! Hallo! Echt jetzt? Was ist das? Wow, ich werde lieber vorsichtig sein. Ich brauche etwas, um zurückzuschneiden. Hier, ich verprügel dich damit. Der Geier ist wohl bereit für seine Mahlzeit. Ich sollte den Sheriff schnell abschneiden, bevor er zum nächsten Abendessen geht. Ah! 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 Ich bin hier drin. Nein! Ah! 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 Undmanslibe insofern- Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mache das gerade ein bisschen sehr wahllos, ich weiß. Das ist zu hell, das ist irgendwo hier unten hin. Es wird langsamer. Das ist irgendwo hier unten hin. Gut, dass ich nicht weiß, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Das Teil passt nicht. Hilfe! Ich brauche doch keine Hilfe. Jetzt haben wir Schach geschielt. Ich habe mich sehr gefreut, eine Mannschaft zu machen. Ach, dann kann ich den Sheriff mit der Schere abstellen. Lauf! Du bist auch tot! Natürlich! Es ist immer in unserer Hand und ich habe es vergessen! Verdammt, dicke Hacke! Verdammt! Verdammt! Mein Stern? Sind wir jetzt Sheriff? Oh, wieder ein Wimmelbild! Gut! Gut! Alle gewonnen! Und jetzt? Oh! Die Tür ist verschlossen! Ich brauche etwas Spezielles, um sie zu öffnen! Gut! Und jetzt? Ah, ah. Wenn ich jetzt sage, dass es extrem einfach ist, dann kommen sie gleich mit irgendeinem schweren Rätsel. Ich muss etwas auf die Finger tun, bevor ich die Fingerdrücke abnehmen kann. Ah, tut mir leid, habe ich nichts. Aus. Da steht Bürste, nicht Brüste, ein Heuwegelchen wollte ich sagen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, jetzt fehlt nur noch der Haken. Ist dieser Haken gemeint? Ah, hätte ich sehen können. Sterbeurkunde, wie bizarr ist das denn? Das Wasser für das Feuer? Ja, hätte mir klar sein können. Kohle. Kann ich da noch irgendwas machen? Kohle für den Fingerabdruck. Kohle für den Fingerabdruck. Und jetzt? Und jetzt? Hier kann ich nix mehr machen. Dann? 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 Vielen Dank.